On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Hi und herzlich willkommen beim Adventskalender von Hochdruck3D. Das bedeutet für euch 24 Tage voller Tipps, Tricks und kleinen Geschenken bzw. Gutschein-Codes. Und wir sind bei Türchen 18 angekommen. Das heißt, bald haben wir es geschafft und noch sechs Tage, dann ist Weihnachten. Und ja, so lautet der Gutschein-Code und fast unterstrich geschafft. So ist nämlich der Gutschein-Code, weil wir es fast geschafft haben. Und heute gibt es mal wieder etwas, wo es bekannt ist, was es gibt. Das gab schon mal dieses Geschenk, aber dieses Mal passt es auch noch mal zum Thema. Denn das Thema ist die Hotend-Socke. Viele von euch kennen es vielleicht nicht, viele kennen es, aber diese Hotend-Socke sind auch einfach Gold wert. Könnt ihr euch vorstellen, ihr habt euren Heizblock unten am Hotend dran und setzt eine Silikon-Socke darauf, die das Ganze komplett umschließt. Da habt ihr verschiedene Vorteile. Zum einen bläst der Bauteile-Lüfter nicht mehr direkt auf eure Nozzle. Somit kühlt ihr nicht mehr ab und ihr bekommt auch keinen Fehler-Code mehr, sage ich es mal so. Das heißt, ihr bekommt keinen Fehler mehr, dass die Temperaturen nicht erreicht werden können und dass die Temperaturen so sehr sinken. Weil es das Ganze schön warm hält, beziehungsweise eingeschlossen hält und die Luft nicht direkt an das Metall kommt und abkühlt. Da kommen wir auch zum nächsten Vorteil. Eure Temperaturen sind viel beständiger. Das heißt, es sinkt und steigt nicht die ganze Zeit. Also es ist nicht so eine Wellenlinie oder Zickzack sogar bei manchen an der Temperatur, sondern es ist eine schöne gerade Linie, weil ihr nicht mehr so viel nachheizen muss. Und da kommen wir auch zum dritten Vorteil, nämlich ihr spart euch etwas Strom, beziehungsweise Stromkosten. Denn es muss nicht mehr so viel nachgeheizt werden und auch nicht mehr so viel stark nachgeheizt werden. Aus diesem Grund kann man es nur empfehlen. Und der Gutscheincode heute ist wie gesagt fast unter Strich geschafft. Und ihr bekommt da eine Hotend-Socke für euren Drucker gratis ab einem Bestellwert von 15 Euro bei Landwehr 3D oben drauf. Das heißt, ihr müsst nur diesen Gutscheincode eingeben auf der Landwehr 3D-Seite und in das Kommentarfeld reinschreiben, dass ihr die Hotend-Socke für zum Beispiel den Anet haben wollt oder für den E3-DV6 oder auch für den Ender 3 oder sonstiges. Könnt ihr dort mit reinschreiben und dann bekommt ihr die kostenlos noch mit oben drauf. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache, dass der Manuel von Landwehr 3D das macht. Beachtet bitte 15 Euro Mindestbestellwert. Zudem ist es sehr, sehr wichtig, nur einmal pro Person und auch nur heute am 18. gilt das Angebot. Super, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.